Ja, neben mir steht Thorsten Schäffer. Er ist einer unserer Teilnehmer bei der Coaching-Ausbildung. Ja, und was mich an dir freut, du bist jemand, der ins Leben kommt. Darf man sagen, dass das, was ich jetzt hier in der Hand habe, hier entstanden ist? Absolut, ja. Der erste Impuls kam hier. Und es ist sein Buch Erfolgsfaktor Mentoring. Und ich habe das Vergnügen, auch mit dabei zu sein. Und ich habe es mir sofort, als ich es bekommen habe, von dir dankenderweise auch durchgelesen. Unglaublich viele Tipps, eine klare Empfehlung. Erfolgsfaktor Mentoring.